Hallo ihr Lieben! Ja, wir haben jetzt eine lange lange Pause gemacht mit den Videos, aber ich dachte, ich melde euch mal. Und ja, wünsche euch allen ein wunderbares Jahr 2019. Ich hoffe, dass wir auch wieder mehr Videos machen können. Und ja, ich bin hier, oder wir sind hier, wir machen unseren Neujahrsausflug zum südwestlichsten Punkt von Irland. Es ist so beeindruckend hier, die ganze Landschaft ist einfach total toll. Auch die Fahrt hierher, die war schon wunderschön. Wir hatten vorhin auch noch ein bisschen mehr Sonne, das war einfach ganz, ganz toll. Ja, wir haben natürlich das letzte Halbjahr viele, viele Fotos gemacht und wir müssen irgendwie mal überlegen, wie wir euch das noch ein bisschen zugänglich machen können. Und ja, ich habe auch schon ein paar Mal angedeutet, dass es noch einen Artikel geben wird über unsere Zeit hier oder auch ein Video. Wir haben halt hier total schlechtes Internet, daher ist es mit dem Hochladen der Videos immer ein bisschen schwierig. Aber ja, mal gucken. Wir halten es einfach ein bisschen kurz heute und dann kriegt ihr das Video dann hoffentlich auch bald zu sehen. Bis dann, tschüss.